Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute nicht alleine unterwegs, heute begleiten uns wanderverliebt Vroni und Mischa. Wir gehen heute den Premium Wanderweg Tiefenbachpfad. Diese Strecke hat etwa 15 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann bleibt dran. Guten Morgen. Guten Morgen, wir haben euch noch zwei mitgebracht. Morgen. 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 Ich bin schon seit vielen Dank. Ich bin schon seit vielen, bis jetzt noch einig, bis jetzt schon ein Einer und zum Zeitpunkt. Der schweif ist dann eben auch einig. Aber was schweif ist,όde ich glaubst du musst. Wir haben alle, die Kinder, die Kinder und die Kinder und die Kinder, die Kinder und die Kinder und die Kinder und sie in der Karteien nach. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Fisch weg. 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 Fisch weg.